So, Briar. So, ähm... Fuck, was war die zweite Rune-Page? Fuck, jetzt hab ich keine Zeit mehr. Ach komm, wird schon passen. Okay, bis jetzt, der schlimmste Champion war Ari mit 4 Trice. Mal schauen, wie lange es bei Briar dauert. Gegen Rammus. Das Rammus taunt deine W-Canceln, ich hab keinen Schimmer. War Rammus nicht Hard Counter für Briar? We about to find out, keine Ahnung. Oh mein Gott, warum denn? Warte, wie funktioniert das mit den Trinkets jetzt eigentlich? Kann ich mir jetzt einen Sweeper holen? Also, ich glaub, ich kann das Yellow Trinket nicht mehr davor usen, oder? Irgendwas, irgendwas haben sich mal geändert. Okay. Ich bin Level 4, er ist Level 3. Und er macht mich da einfach, ne? Das ist schon... Ja, ja, es ist ein Rammus, stimmt schon. Und er prockt auch sein Aftershock. Aber... Trotzdem interesting. Ja, vielleicht kriegen wir einen Bottling-Gang. Wir können sie mal testen. Ich mach auch gerne Flash W. Wenn er, also... Wenn die so aggressiv stehen, kann da schon was bei rumkommen. Dann Flash W, Bro. Okay, gut. Ja, jetzt pingt er! Bro! Ich verstehe nicht, warum man nicht hier einfach Flash W macht. Und dann Q zurück in den Turm. Ich hab getrollt. Ja, ich hab meine Space in der Fall schon eine Folge gedrückt. Also ich muss sagen, was mir bis jetzt am wenigsten Bock macht, ist einfach junglen. Aber es ist einfach junglen, du wirst jetzt einfach gef***t, wenn du nicht weißt, was du tust. Okay, wunderbar. Okay, da haben wir jetzt gerade echt viel bekommen. Da haben wir gerade... Holy fuck, wir sind so back. Wir sind, wir sind, wir sind so back. Kann ich den töten? Ja, oder? Und die ganze Wave-Man war eigentlich gecleart. Das ist eigentlich das Beste an der Aktion, doch. Ja, wir könnten dem Mauka nochmal eine Chance geben. Er hat gleich wieder Flash. Mantra ist raus. Oh, wait, what? Okay, aber not even schlimm. Okay, Turbo Fisting Der Raum muss jetzt einfach auszusehen In meine Ult reingelaufen Als ich sie gechannelt hab Ist ja nix ab Okay, das Game ist komplett over Zwei Shutdowns gecatcht Also dieses Game Also ich glaub Wir werden komplett ausrasten Ach woher denn Als ob ich das jetzt schon wieder weiß Ah, ein Sweeper bräuchte Meine Zeit, ne? Aber ich will eigentlich Für die Karma gehen Ich musste die Vayne leider so lange verkaufen Weil ich kann da nicht reingehen ohne meinen Q-Spell Können wir den noch machen? Klingt schon nach hartem Grief Es ist wirklich utopisch harter Grief Aber das ist doch der Content Für den wir alle da sind, oder? Ja, okay Es ist wirklich Griefy Du musst auf sie drauf Du musst auf sie drauf Sonst schärbe ich Du musst auf sie drauf Okay Oh mein Gott Ich will griefen Chat, 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 chat Wir müssen nachdenken Wir müssen nachdenken Es ist traurig genug Dass ich das Gamecarry muss Wir dürfen nicht griefen So ein dicker Shutdown 1000 Okay, die Karma hat den Shutdown bekommen Okay, die Karma hat den Shutdown bekommen At least something Ah, die Menschen wir treffen die Ulti da Die Vayne hat auch nicht geflasht Bitte CC irgendwas für mich Danke Ja, die spared Ja, die 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 Okay, das ist das Ende von Briar. Ach, was für Jinx. Ihr seht doch, was das für Lappen sind und wie wir die Outplayen, die Loser. Jinx, sagen sie. Warum ist der Maokai überhaupt Top-Lane? Ja, ich bin der Maokai. Ah, Jynxed, Karne, no, don't do it. Ich hab die Wege gemisst. Das sind ja alles unsere Bitches. Was ist passiert? Ich mag tatsächlich Ingenious Huntern einfach die ganze Zeit Titanic Hydra spammen. Fühlt sich sogar ganz geil an. Ich hab die Wege gemisst. 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 Ich hab die Wege gemisst.